Herr Hitler würde mir genügen. Sie können auch meinen Führer sagen, aber nur, wenn Sie wollen. Deutschland ist lieber Dick! Doch du Arf! Gehen Sie doch aus dem Weg! Darf man das? Man darf nicht nur, man muss. Ist das schön. Ich verscheide. Ich schreibe. Ich schreibe. Ich schreibe. Vielen Dank.